Im heutigen Video gucken wir uns mal zwei Veröffentlichungen von Studio Kanal bzw. Arthouse an, die perfekt in den Hot Oktober passen. Und nachdem wir hier die Keepcase Variante von V-Orders gesehen haben, eine 4K Ultra HD plus Blu-ray Veröffentlichung von Studio Kanal unter dem Arthouse Label, widmen wir uns jetzt erstmal hier Katzenauge im 4K Ultra HD plus Blu-ray Mediabook. Wie man sehen kann, hat das Ganze wieder so eine durchsichtige Banderole um das Mediabook und das technische Datenblatt rum. Somit wird dieses fixiert, kann nicht verrutschen und das ist definitiv eine viel bessere Lösung, als sie irgendwelche Klebepopel oder Tesastreifen zu benutzen, mit denen man möglicherweise noch sein Mediabook beschädigen kann. Also von daher eine richtig tolle Lösung, die wir auch schon bei Kalitos Way gesehen haben. Das technische Datenblatt ist typisch aufgebaut mit einer Inhaltsangabe, ein paar Seelenfotos, der Angabe der Extras und den technischen Spezifikationen sowie einer Limitierungsnummer limitiert ist diese Mediabook-Veröffentlichung auf 2000 Exemplare. Hier sehen wir schon das wunderbare Cover von Timo Wirtz, welches vereinzelt noch mit Spotlack veredelt wurde, wie zum Beispiel an den Augen der Katze. Ansonsten sieht das Artwork wieder richtig gut aus, die einzelnen Charaktere sind top getroffen und auch der Titelschrift zu Katzenauge, Katzei wurde hier mit Hochglanz veredelt. Also richtig schönes Artwork, das sich dann auch über den Spine zum Backmotiv erstreckt. Da kommen wir gleich nochmal dazu am Spine, aber nochmal ganz kurz hier erwähnt, der Titel ist schön leselich und ebenfalls mit Spotlack veredelt. Nun kommen wir zum Backartwork und auch das sieht richtig klasse aus. Wir haben hier unter anderem Robert Hayes als Johnny Norris, der ein bisschen Stress bekommt mit einem Mafia-Parten. Und wenn wir das Mediabook einmal aufklappen, dann sehen wir, was für ein tolles Artwork uns hier spendiert wurde. Also absolut fantastisch. Machen wir das Mediabook auf, haben wir ein Motiv, das von der Booklet-Vorderseite übergeht in den Innenprint und die 4K-Scheibe nimmt dieses Motiv auf. Das Bild der 4K-Scheibe ist richtig gut geworden. Ich persönlich bin sehr zufrieden damit. Wir haben zwar ein stark sichtbares Filmkorn, das mich persönlich aber überhaupt nicht stört. Es gehört einfach zu so einem Film aus den 80er Jahren dazu. Außerdem haben wir eine gute Schärfe, vor allem in den Nahaufnahmen. Und von den Farben her ist es jetzt nicht der farbenfroheste Film, weil immer wieder Filter verwendet wurden, wie zum Beispiel ein gelberer Filter, um die Vergilbung durch Nikotin und diesen Schleier, in dem man sich als Raucher bewegt. Ich bin ja auch ein starker Raucher gewesen früher und kenne das daher sehr gut. Das wurde hier optisch nochmal ganz gut aufgezeigt. Das Booklet oder der Booklet-Text von Tobias Hohmann, der ist absolut hervorragend. Richtig schöne, viele Details und Hintergrundinformationen bekommen wir hier zum einen über Dino De Laurentiis, der ja einige Stephen King-Verfilmungen produziert hat, wie zum Beispiel 1976 Carrie vom Regisseur Brian De Palma. Dann gab es 1983 The Dead Zone, 84 Firestarter. Da war auch schon Drew Barrymore mit dabei, die dann hier in der dritten Kurzgeschichte mitspielt bei Katzenauge. Louis Teague hatte ja 1983 bereits Cool Joe verfilmt. Und so waren hier durchaus ein paar Profis am Werk, die sich mit dem Stoff und der Verfilmung von Stephen King Geschichten, Kurzgeschichten und auch Romanen auskannten. Und das merkt man dann auch letzten Endes im fertigen Film. Das Design des Booklets ist recht schlicht gehalten. Wir haben ab und zu so ein paar blau gefilterte Bilder, die gut zum Außenartwork von Timo Würz passen. Und dann auch wieder ein paar farbige Bilder. Zum Abschluss gibt es dann nochmal ein doppelseitiges Bild mit James Woods auf der linken Seite. Und rechts geht es dann ebenfalls in den Innenprint über. Und die Blu-ray Disc nimmt dann wie schon vorne die 4K-Scheibe, das Motiv wieder auf. Also an sich eine rundum tolle und gelungene Mediabook-Veröffentlichung von Studio Kanal. Selbstverständlich werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Disc-Menü. Das ist ganz schick gestaltet, wie ich finde. Wir haben eine Kapitelauswahl und außerdem die Möglichkeit zwischen einer englischen DTS HD Master 5.1 Tonspur zu wählen oder Französisch und Deutsch. Die beiden Tonspuren liegen dann in DTS HD Master 2.0 vor. Außerdem haben wir dann noch jede Menge Bonus-Material am Start, wie zum Beispiel einen Audiokommentar mit dem Regisseur, ein Interview mit dem Regisseur. Dann gibt es noch ein Interview mit Robert Hayes hier über seine Rolle in Katzenauge und noch ein Gespräch mit der Tiertrainerin Teresa Ann Miller sowie abschließend noch den Kino-Trailer. Die einzelnen Interviews und Featuredts, die sind hier auf Englisch gehalten, haben aber deutsche Untertitel und somit kann man hier noch etwas längere Zeit mit dieser tollen Veröffentlichung verbringen. Somit kommen wir zur zweiten Veröffentlichung von Studio-Kanal. Unter dem Arthouse-Label hat man The Orders aus dem Jahre 2001 mit Nicole Kidman in einer 4K Ultra HD plus Blu-ray Keepcase-Variante veröffentlicht. Hier haben wir ein richtig schickes Cover, wie man sehen kann. Und auf der Rückseite unterhalb der Inhaltsangabe stehen auch noch die üppigen Extras dran. Über 100 Minuten an Bonus-Material gibt es hier. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Zuvor werfen wir einen Blick auf die 4K-Scheibe. Die hat eine schöne Labelung und auch ein gutes Bild. Leider kommt die 4K-Restaurierung aber ohne HDR und Dolby Vision daher. Das wäre natürlich perfekt gewesen, vor allem in den dunklen Szenen mit dem Licht, wie man das zum Beispiel hier auf dieser schönen Labelung der Blu-ray noch sehen kann. Außerdem gibt es hier noch ein Wendekover. Zum Film selbst gibt es heute Abend dann noch meine Filmkritik im Zuge des Horror-Oktobers. Also seid gespannt. Auch hier werfen wir selbstverständlich nochmal einen Blick auf das schöne Disc-Menü. Wir haben hier auch eine Kapitelauswahl. Des Weiteren haben wir die Auswahl zwischen einer englischen Dolby Atmos-Tonspur und einer englischen DTS-HD Master 5.1-Tonspur. Die deutsche Tonspur liegt dann ebenfalls in DTS-HD Master 5.1 vor. Hier haben wir eine schöne Räumlichkeit, die erklingt, wenn zum Beispiel ein paar Töne aus dem Hintergrund zu hören sind oder wenn der Windeinzug erhält in das große Haus. Die Musik ist Gott sei Dank nie zu drüber in dem Film, aber Näheres gibt es dann dazu, wie gesagt, heute Abend in meiner Filmkritik. Wir gucken uns jetzt noch das Bonus-Material an, haben einen Blick zurück auf The Orders. Das ist eine über 50-minütige Dokumentation, einen Rückblick, wo auch der Regisseur zu Wort kommt und wo man hier noch wieder die einzelnen Szenen durchgeht. Diese Dokumentation, sage ich jetzt einfach mal, ist auf Englisch gehalten und Deutsch untertitelt. Spannend fand ich auch noch hier das Making-of bei den Extras und da sieht man mal, was hier für Effekte zum Einsatz kamen, die im Film eigentlich so überhaupt nicht auffallen. Also auch hier beim Bonus-Material wieder einiges zu entdecken. In der Videobeschreibung verlinke ich euch noch mal den 4K-restaurierten Trailer. Dann könnt ihr euch da noch mal ein Bild davon machen, was euch ungefähr hier bildtechnisch erwartet mit dieser 4K-Restaurierung. Es gibt auch noch eine kurze Featurette auf dem Arthouse-Kanal zum Thema Rückblick auf The Orders und auch diese findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt euch da auch noch mal ein bisschen ein besseres Bild davon verschaffen, was euch hier auch beim Bonus-Material noch erwartet. In diesem Sinne soll es das gewesen sein von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.